Lange Zeit wurden diese Hunde alle Pinscher genannt. Man unterschied lediglich, ob sie rauhaarig oder glatthaarig waren. In der Gruppe der Schnauzer finden sich der Riesenschnauzer, der Mittelschnauzer, der heute nur noch als Schnauzer bezeichnet wird, und der Zwergschnauzer. Diese sind in ihrem Aussehen recht ähnlich. Ihr offensichtliches Unterscheidungsmerkmal ist ihre Größe. Der Weltdachverband FCI beschäftigt sich mit der Lehre vom Hund und definiert die rassespezifischen Richtlinien. Der Zwergschnauzer ist dem FCI-Standard Nummer 183 beschrieben. Er ist mit seiner Widerrisshöhe von 30 bis 35 cm das verkleinerte Abbild des Schnauzers. In der Zwergschnauzer-Zucht sind jedoch mehr Farben zugelassen als beim Schnauzer. Zusätzlich zum bekannten Schwarz- und der Pfeffer- und Salzfärbung gibt es beim Zwergschnauzer auch Schwarzsilber oder reines Weiß. Seine Wesenszüge entsprechen denen des Schnauzers. Bei ihm spielen jedoch auch Temperament und Gebaren eines Kleinhundes mit hinein. Schnauzer und Pinscher sind Traber, die gut und ausdauernd weite Strecken bewältigen können. Gegenüber ihrem Besitzer sind sie treu und anhänglich. Schnauzer und Pinscher sind dafür berühmt, dass sie in ihrem Alltag originelle Marotten herausbilden. Das tun andere Hunde natürlich auch, aber für Schnauzer und Pinscher scheint es ein extremes Bedürfnis zu sein, sich selbst Regeln aufzuerlegen bzw. sich Regeln auszudenken. Dies kann mitunter zu recht unterhaltsamen Beobachtungen führen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017